Hallo und Herzlich Willkommen zum neuen Video, was für Abbau vom Essenstag angeht. Es hatte sich gestern noch ein bisschen gezögert und heute geht es wesentlich flotter voran. Es ist im übrigen Dienstag, das war das die Jonenlob 2019. Bevor die das hier bis heute Mittag abgebaut haben, zeige ich es euch nochmal so. Ja, das war die Aufnahme auf einmal unter Bauer, deswegen muss ich das normal noch nicht schnallen. Das war jetzt so, ich habe ihn gefahren. Untertitelung des ZDF Barsch Untertitelung des ZDF, 2020 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 So ist es fast 10.30 Uhr, da das jetzt hier noch steht, ist davon auszugehen, dass die Jungs das morgen früh machen, bis 11 Uhr, oder zumindest im Vormittag. Kurz vor 19 Uhr, es tut sich was. Es sah erst aus, dass nichts passiert, aber jetzt. So, es ist schon 10.00 Uhr nach 10.00 Uhr durch am Abend. Ich bin zurück aus dem Besenbrand, die Jungs haben Feierabend gemacht, d.h. Morgen früh, fangen sie an, 4, 5 Uhr, bei 12 Uhr, wir räumen alles weg. Oh, das ist ein Glover, Mann. Daumen hoch, Video liken, nicht vergessen, bitte, und shuttle abonnieren bzw. dem Kanal folgen. Bis zum nächsten Mal.